Heute ist ja Valentinstag und mein Freund ist eben eingeschlafen und noch ziemlich müde vom Superbowl. Ich dachte, ich mache ihm jetzt eine Valentinstag-Überraschung. Habe dann kleine Gläschen genommen, Knusperherzchen reingemacht, Zimtschnecken, Kinderschokolade, Nerds und alles auf das Etagere drauf gemacht. Habe dann auch noch so süße, rosane Cupcakes besorgt mit Herzchen drauf. Nutella darf natürlich auch nicht fehlen. Diese habe ich dann in die Mitte des Tellers getan. Habe dann auch Erdbeeren zurechtgeschnitten und die kreativ auf den Teller gelegt. Und nochmal in die Nutella. Habe Kinderriegel auch nochmal drauf getan, ein Kinderüberraschungsei und Knusperboeno. Kinderschokolade durfte auch nicht fehlen. Und dann noch eine Pralinenpackung mit Ich liebe dich drauf. Ich habe übrigens ein Foto mit meinem Freund gepostet, schon gerne mal vorbei.